Schönen guten Abend, auch von mir. Mögen nicht, aber muss ich in dem Fall. Leider hat sich ein Muskelfasers zugezogen im Adduktorenbereich heute früh im Training. Sprich fällt aus für die nächsten beiden Spiele, dann vielleicht auch noch für Bayern im Spiel gegen Dortmund. Das ist dann jetzt nicht meine Baustelle, aber generell sehr ärgerlich, weil er einen sehr guten Eindruck gemacht hat. Aber leider hat er sich in einer Aktion eben den Fasers zugezogen. Niklas Best ist jetzt auch gerade rausgegangen, auch mit muskulären Problemen im Adduktorenbereich. Könnte ähnliches Schicksal treffen, aber das weiß ich jetzt noch nicht genau. Die sind gerade unterwegs, glaube ich, zum Bild machen. Aber wir haben Gott sei Dank ja noch einen Weltklasse-Keeper, der in den beiden Spielen an dem Tor steht und sicherlich eine gute Leistung zeigen wird.